Hi Leute! Heute bin ich zurecht gemacht und ich habe ja gesagt, dass ich mich heute auf jeden Fall noch mal melde. Ich bin heute auch nicht so früh aufgestanden wie gestern, obwohl ich schon mal zwischendurch wach war. Aber ich habe mich dann doch noch mal hingelegt. Das ist halt, wie ich schon gesagt habe, ich komme dienstags einfach schlechter aus als montags. Aber ich war auch Sonntagabend früher im Bett als Montagabend. Ist auch egal. Weil ich bin auf jeden Fall, als ich aufgestanden bin, ich glaube, das war so gegen 9, 9.30 Uhr oder so, ich hatte ja dann mein Video hochgeladen und alles eingestellt, dass das morgen pünktlich online geht. Und habe mich dann gemütlich in die Badewanne gelegt und so ein bisschen Facecare und so Kram gemacht. Und dann mich vor den Fernseher gesetzt und meine Haare trocknen lassen und dabei Grand Plats Place geguckt. Und dann habe ich mich eigentlich schon dran gemacht, TikToks zu drehen. Also alles, was ich vor dem Geschminkten drehen musste. Dann habe ich mich fertig gemacht und geschminkt. Und dann habe ich den Rest gedreht. Und das hat sich alles wieder über Stunden gezogen. Also TikToks drehen ist wirklich vom Zeitaufwand viel, viel mehr als YouTube-Videos, ist mir mal aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht stecke ich auch einfach mehr Aufwand in meine TikToks als in YouTube-Videos. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach nochmal was ganz anderes. Ich habe dafür halt schon wieder dann den ganzen Tag eingestellt. Obwohl man sagen muss, ich habe natürlich auch erst gegen 14 Uhr angefangen. Und mit allem und fertig war ich so gegen 17 Uhr. Also, ja gut, drei Stunden geht noch. Aber ich habe das Gefühl, alle anderen Videos dauern nicht mal halb so lang. Aber gut, TikToks muss sich auch nicht wirklich schneiden. Deswegen dauern sie ja in der Produktion so lange, weil man versucht direkt auf den Schnitt genau alles passend zu machen. Und ja, wie auch immer, dafür gehen bei YouTube-Videos halt im Schnitt ein paar Stunden drauf. Gut, bei Hauls gehen auch in einem Haul die ein paar Stunden drauf. Aber das sind dann auch vielleicht so zwei Stunden oder so. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Höchstens drei, aber eigentlich auch nicht. Also, keine Ahnung. Schwer zu sagen, ist auch egal. Ich habe mir heute auch mal wieder Lashes geklebt seit langem. Könnt ihr das sehen? Die sehen so natürlich aus. Meine Mom wusste gar nicht, dass ich überhaupt Lashes drauf habe. Das sind nämlich von Kiss die Shy Lashes. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die schon mal drauf hatte. Denn ich habe mir die ja damals gekauft. Und habe dann irgendwie, weil ich meiner Cousine ein Tutorial zeigen wollte, wie man Lashes klebt. Und sie hatte sich die nämlich auch gekauft. Und dann wollte ich ihr das natürlich mit denen zeigen. Und habe eine Lash verloren. Also einen kompletten Wimpernkranz. Der ist auch bis heute weg. Ich weiß nicht, mitten im Video ist der quasi einem verloren gegangen. Aber es war genau in der Stelle, wo ich gerade die Kamera aus hatte. Sonst hätte ich das vielleicht damit erkennen können, wo die vielleicht ungefähr gelandet ist. Aber ich habe sie auch nie wieder gefunden. Keine Ahnung. Einfach gone. Wie auch immer. Dann habe ich mir die ja nochmal nachgekauft. Und ich glaube, das war genau zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown dann langsam wieder zu Ende ging. Ich dann somit keine TikToks mehr gedreht habe. Beziehungsweise mich nicht mehr so aufwendig fertig gemacht habe für TikToks. Und auch kaum noch TikToks gedreht habe. Und damit habe ich dann die nie getragen. Also ich glaube, ich hatte die nicht einmal benutzt. Und jetzt muss ich sagen, ich finde die total schön, weil die so natürlich sind. Und ich habe sogar nicht mal Eyeliner dafür gemacht. Es ist super stressig, finde ich, Lächeln aufzukleben ohne Eyeliner. Weil ich das Gefühl habe, man sieht immer, wo das ist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es ganz gut hinbekommen. Also wenn ich ganz nah herangehe und ich weiß, wo es ist, dann glaube ich, sieht man das auch. Aber von weiter weg. Ich habe selbst jetzt das Gefühl, wenn ich es hier auf der Kamera angucke, von ein bisschen näher dran, dann sieht man nicht mal, wo genau das geklebt ist. Ich sehe es nur, wenn ich direkt vorm Spiegel stehe und mir das angucke, weil ich weiß, wo die geklebt sind. Weil ich die, also wie nah muss man an den Wimpern kranz? Ich bin ja schon so nah wie möglich dran gegangen. Und ich finde, es ist mir, wie gesagt, ganz gut gelungen. Also ich finde die auch ganz schön, weil die so natürlich sind. Da könnte ich mir fast vorstellen, die im Alltag zu tragen. Ich muss auch sagen, ich merke die fast gar nicht. Die sind doch sehr leicht und richtig schön. Ich muss auch sagen, es nervt mich total. Meine Haut ist immer noch scheiße. Aber ich habe es ganz gut mit Make-up abgedeckt bekommen. Klar sieht man noch ein bisschen, dass ich hier so Pickel habe. Aber ganz schlimm ist der. Den habe ich gar nicht abgedeckt bekriegt. Also ich habe das Gefühl, es hat alles nur noch schlimmer gemacht. Deswegen habe ich, glaube ich, auch weniger TikToks gedreht, als ich eigentlich geplant habe, weil immer dieser Pickel so prägnant vorgestochen hat. Das hat mich so genervt. Weil sonst hätte ich noch mehr TikToks, beziehungsweise auch noch andere TikToks gedreht. Aber ich habe mich dafür nicht confident gefühlt. Confident genug gefühlt. I don't know. Ja, mir hat die einfach wegen diesem Scheißpickel hat mich das irgendwie genervt. Ich glaube auch, die TikToks werden noch schöner geworden. Weil trotz Filter und Make-up sieht man diesen Pickel einfach und auch in den TikToks. Deswegen, was soll's. Aber ich will heute mit euch was zusammen probieren. Und zwar habe ich mir, ich glaube, vor zwei Wochen. Ich glaube, übermorgen werden es dann drei Wochen. Übermorgen werden es zwei Wochen, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ist auch egal. Habe ich mir endlich den Eistee von Cherine David geholt. Den Dirty. Ich habe es endlich geschafft. Hier nochmal alle. Geil. Was heißt, ich habe es endlich geschafft. Ist ja nicht so, als hätte ich gefühlt jeden Laden abgeklappert. Nee, so ist es nicht. Aber immer, wenn ich irgendwo in einem Rewe drin war oder irgendwo in der Nähe war und noch Zeit hatte und ich kurz in den Rewe darauf hingegangen bin. Ich habe immer geguckt und habe nichts gefunden. Ich war in einem Rewe. Ich habe bei uns in einem Edeka geguckt, in einem Edeka Center. Ich dachte halt am ehesten, dass ich sowas bei Rewe kriege. Aber ich habe es dann in einem Lottoladen gesehen. Und habe es dann nicht gleich gekauft und habe es dann erst in der Nacht der Woche gekauft. Und wollte es dann danach die Woche eigentlich probieren. Habe es zeitlich nicht geschafft. Deswegen probiere ich es jetzt. Es steht seitdem bei mir im Kühlschrank. Denn Eistee schmeckt am besten kalt. Wissen wir alle. Und ich bin sehr gespannt. Ich würde tatsächlich am liebsten gerne mit dem... Ihr müsstet sogar noch das Kondenswasser darauf sehen. Ich glaube, ich fange mit Candy Shop an. Ich liebe das auch mit diesem Schutzfolie. Mit diesem Plastikzeug hier oben. Also mit dieser Schutzfolie oben drauf. Wegen so Bakterien und so. Daran denkt man nie, dass man da mit dem Mund reingeht. Also erstmal wird es auf jeden Fall geschüttelt. Aber jetzt hätte ich euch auch gleich sagen können, dass man Eistee meistens geschüttelt trinkt. Für alle, die es nicht wissen. Tatsächlich. Ich schüttel Eistee auch immer, wenn ich Pfanne trinke oder Arizona. Weil man das halt einfach so macht. Keine Ahnung. Es ist ja kein Getränk mit Kohlensäure. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen war das für mich kein Geheimnis. Oder nicht so, oh krass. Ignoriert diesen Pickel einfach. Ich sitze hier übrigens auf dem Boden. Ich habe keinen Tisch. Es tut mir leid. Sonst könnte ich euch das cool präsentieren. Das habt ihr bestimmt überall eh schon gesehen. Es riecht süß und nach Kaugummi. Schmeckt auch nach Kaugummi. Oder? Ist das Kaugummi? Doch, ich glaube. Erinnert mich so ein bisschen an irgendeinen Kaugummi aus meiner Kindheit. Schmeckt aber sehr geil, muss ich sagen. Zuckerwattegeschmack. Ich hätte jetzt mehr. Ja. Ja. Aber mehr Kaugummi, würde ich sagen. Aber schmeckt sehr geil. Finde ich richtig lecker. Als nächstes. Der ist übrigens, das ist der einzige Weißtee-Extrakt mit Zuckerwatte. Also alle anderen sind nämlich Schwarztee-Extrakt. Wenn ich mich nicht irre. Alle anderen, also die anderen beiden. Ja, genau. So, dann kommen wir jetzt zu Basti Blueberry. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mir ja einige Reviews quasi angeguckt, so Fazits von Leuten. Das Ding ist, ich bilde mir gar kein Urteil davon, wenn ich es noch nicht probiert habe. Also ich höre es mir an, was andere Leute sagen. Finde es interessant, die Meinung von anderen zu wissen. Aber ich bin ein Fan davon, Dinge selber zu probieren. Und wenn es Sachen zum Gucken sind bei Filmen, den Film selber zu gucken, anstatt halt auf Kritiken zu hören. Weil ich hatte das bei Filmen schon oft, dass der eine richtig schlechte Kritik bekommen hat und ich den Film übergut fand. Oder dass ein anderer Film mega gute Kritiken bekommen hat und ich gedacht habe, ja, schon bessere gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und das gleiche gilt halt auch bei Lebensmitteln. Es gibt Leute, die sagen zu irgendwas, oh, mega lecker, musst du probieren. Dann probiere ich es und denke mir, ja, ist okay oder mag ich gar nicht, aber das und das ist besser oder wie auch immer. Oder wo andere sagen, es schmeckt überhaupt nicht und dann probiere ich es selber und denke, ich finde es tatsächlich mega geil. Das hatte ich auch schon oft. Deswegen, es ist halt alles so Geschmackssache. Kommen wir zu, ähm, hat der jetzt für einen Geschmack, also Basti Blueberry ist halt, ja, Heidelberg-Geschmack. Hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Ja. Erinnert mich auch an irgendwas. Auch irgendwas aus meiner Kindheit? Ich bin mir nicht sicher. Schmeckt aber auch gut. Ja, ist Blueberry. Also, denke schon, ich würde jetzt gar nicht wissen, ob es noch nach was anderem schmeckt. Bin mir nämlich nicht sicher, weil hier steht nämlich auch noch drin, Holunderbeersaft, beziehungsweise Holunderbeersaftkonzentrat, das ist ja auch mit drin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das auch ganz leicht rausschmecke. Kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Wenn ich jetzt schon mal sagen müsste, welche Sorte mir besser schmeckt, hätte ich jetzt spontan, glaube ich, gesagt Candy Shop. Obwohl ich das ganz schwierig finde, Candy Shop und Basti Blueberry zu vergleichen. Denn Candy Shop ist süßer als Basti Blueberry. Und ich glaube, also beides ist nicht todessüß. Ich muss ja sagen, ich habe halt in den letzten Monaten sehr viel süß Getränke und vor allem auch Eistee getrunken. Ich wollte das eigentlich mal wieder minimieren. Nicht sehr gut. Aber da ist mir zum Beispiel auch schon aufgefallen, ich habe ja eine Zeit lang nur Arizona-Eistees getrunken. Dann irgendwann habe ich angefangen mit Pfanne-Eistees. Und dann bin ich irgendwann wieder geswitcht zu Arizona. Und dann hatte ich mal beide Sorten da. Und wenn ich zum Beispiel schon verglichen habe, den Arizona-Pfirsich-Eistee mit dem Pfanne-Pfirsich-Eistee, der von Arizona hat deutlich künstlicher geschmeckt. Also in allem. Und ich muss sagen, die von Sherin schmecken überhaupt nicht künstlich. Ich habe auch mal den von Capital Bra, den Wassermelone, bei meinem Cousin probiert. Und habe ich den probiert. Aber ich glaube, der hat auch nicht so künstlich geschmeckt wie die Wassermelone von Arizona. Also die Arizona-Eistees schmecken schon sehr, sehr künstlich. Deswegen trinke ich da auch eigentlich am liebsten diesen Grüntee mit Honig. Weil ich finde, der schmeckt am wenigsten süß. Weil dieser Pfirsich-Eistee schmeckt so süß und künstlich. Ja, also ich bin sowieso eigentlich mehr der Zitroneneistee als Pfirsich-Eistee-Typ, muss ich auch noch dazu sagen. Aber zum Beispiel bei Pfanne ist meine Lieblingssorte, glaube ich, Kirsche. Also neben dem Zitroneneistee ist es, glaube ich, Kirsche. Und halt, wie gesagt, bei den von Arizona, da gibt es nur aus diesen Dosen, gibt es da diesen Zitroneneistee. Und den liebe ich. Aber den gibt es leider nicht in den Flaschen. Also zumindest habe ich den nie gesehen. Der wird irgendwie bei uns nicht verkauft. Obwohl ich mal online gegoogelt habe, es gibt den wohl in Flaschen. Aber I don't know. Und da mag ich dann halt, wie gesagt, wenn ich jetzt von den Flaschen ausgehe und wir den Zitroneneistee weglassen, da mag ich halt wirklich am liebsten dann diesen Grüntee mit Honig. Der schmeckt mir so sehr... Also den mag ich sehr gerne von Arizona. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt auf den Dirty Wet Peach. Auf den bin ich halt auch sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich bin eigentlich mehr Zitrone. Es sollte auch eigentlich, glaube ich, laut Umfragen, sollte es, glaube ich, Zitrone werden. Wenn ich mich nicht irre, ich habe damals bei Instagram auch für Zitrone gestimmt. Und ich glaube, Zitrone hatte auch die meisten Stimmen. Aber da hat Sherin ja schon gesagt, es sollte ja eigentlich Zitrone geben. Aber da haben sie ja so viel durchprobiert. Das war immer scheiße. Und dann hat sie doch gesagt, okay, wir machen für sich. Obwohl ich es mir wünschen würde, dass sie es nochmal mit Zitrone versucht. Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich mehr der Zitrone-Typ. Ich kaufe mir meistens, wenn irgendwas im Angebot ist und ich mir dann eh irgendwie mitnehme. Das trinke ich ja dann nicht gleich in einer Woche. Meistens verteile ich das über ein paar Wochen, wo ich sowas dann trinke. Dass ich dann halt so eine Flasche oder so in der Woche trinke. Oder einen Tetra-Pack, wie auch immer. Und da ist es halt dann tatsächlich so, dass ich dann eh immer beide Sorten nehme. Pfirsich und Zitrone. Also gut, bei Arizona nehme ich andere Sorten. Pfirsich unter anderem. Aber Zitrone haben sie ja meistens bei den Flaschen nicht oder nie eigentlich. Den hole ich mir dann wirklich immer nur, wenn ich gerade bei Rossmann oder so drin bin. Weil da weiß ich, haben sie halt die Dosen mit Zitrone. Und dann hole ich mir ganz gerne da den mit Zitrone. Oder halt eben beides Zitrone. Und dann haben sie ja auch diesen Grüntee mit Honig auch in dieser Dose. Sind halt auch tatsächlich meine beiden Lieblingssorten. Ja, deswegen. Also ich bin eigentlich mehr der Zitrone-Eistee. Ich glaube, als Kind war ich mehr Pfirsich. Irgendwann dann in den Jahren später kam dann mehr Zitrone. Aber weil ich finde, Zitrone ist halt nie so süß wie Pfirsich. Und ich glaube, als Kind mochte ich es lieber süßer. Und jetzt denke ich mir, wenn es nicht ganz so süß ist, bin ich auch ganz happy. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf Red Peach. Und ja, schmeckt tatsächlich nicht so künstlich wie der Arizona-Pirsich-Eistee. Sondern schmeckt auch relativ natürlich. Erinnert mich an irgendeinen anderen Pfirsich-Eistee. Ich weiß jetzt aber nicht, welchen. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Fused Tea habe ich ja auch eine Zeit lang getrunken. Schmeckt aber auch gut. Bei Fused Tea trinke ich tatsächlich auch, glaube ich, am liebsten Zitrone und dann Pfirsich. Es gibt ja auch andere Sorten. Ich habe schon mal diesen Pfirsich und Hibiskus probiert. Mag ich leider gar nicht. Obwohl ich Hibiskus-Tee liebe. Also ganz normalen Hibiskus-Tee auch trinke. Aber in diesem Fused Tea-Pirsich mit Hibiskus irgendwie passt es gar nicht. Und die sind, glaube ich, auch relativ süß. Es gibt ja jetzt auch welche, die halt auch so zero sind mit weniger Kalorien. Ja, die schmecken auch leider gleich. Ich bin nicht so der Zero-Fan, weil ich diesen Süßstoffgeschmack nicht so mag. Ich hatte mal irgendeine Sorte mit Holunder. Und da habe ich gedacht, die hätte geil werden können, wenn es die nicht nur mit weniger Kalorien gegeben hätte. War das sogar Pfirsich-Holunder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wie gesagt, also Zitrone und Pfirsich mag ich bei Fused Tea schon sehr gerne. Aber ich glaube, da tendiere ich auch mehr zu Zitrone. Ich habe jetzt auch überlegt, an welchen mich der jetzt erinnert. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch irgendein Pfirsich-Eistee aus meiner Kindheit ist. Ich komme hier die ganze Zeit mit Sachen aus meiner Kindheit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie erinnert mich das daran. Ich überlege gerade, was hat man in der Kindheit für Eistees getrunken? Einen Lipton hat man getrunken. Dann gab es auch dieses Nest-Tea oder so. Das war doch von Nestle irgendwie. Und es ist doch dann auch jahrelang vom Markt verschwunden. Aber ich glaube, die sind jetzt wieder da oder so. Habe ich irgendwas gelesen letztens? Ich weiß es nicht. Die habe ich als Kind, glaube ich, auch ein bisschen. Also wenn ich dann mal Eistee getrunken habe. Ich habe als Kind tatsächlich gar nicht so viel Eistee getrunken. Eigentlich fast nie. Also ganz selten mal. Aber an irgendeinen von damals erinnert mich der. Ich kann halt nur nicht mehr sagen, welcher. Aber ist auch lecker. Ich könnte euch auch tatsächlich gerade gar nicht sagen, was ich am besten finde. Weil Pfirsich ist halt so ein Klassiker, so ein Standardding. Für den würde ich mich jetzt wahrscheinlich entscheiden, wenn ich so Standard einfach irgendwie jetzt keine außergewöhnliche Sorte trinken will an Eistee. Und bei Basti Blueberry und Candy Shop. Also Candy Shop ist ja schon, sage ich mal, mehr das Außergewöhnliche. Basti Blueberry gibt es ja, glaube ich, auch mittlerweile. Oder zumindest Sachen in die Richtung gibt es bestimmt auch bei anderen Eistees. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja mittlerweile schon super viele Sorten. Egal bei welcher Firma. Und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Candy Shop hat mir ein bisschen besser geschmeckt. Weil Candy Shop ein bisschen mehr Geschmack hat als Basti Blueberry. Also süßer ist, würde ich jetzt sagen. Aber im Endeffekt sind alle nicht übertrieben süß. Und das finde ich ganz gut. Deswegen muss ich sagen, finde ich alle tatsächlich sehr, sehr lecker. Deswegen bin ich so verwundert, dass einige Leute so ein bisschen schock waren. Also ich glaube, ich finde Candy Shop ein bisschen besser als Basti Blueberry, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Ich weiß aber auch nicht, wo ich Pfirsich einordnen würde. Weil das halt ein Standard ist und schmeckt halt immer, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, dass Pfirsich bestimmt auch das, was am meisten verkauft wird, kann ich mir gut vorstellen. Weil es einfach ein Standard-Sorte ist. Es gibt ja so viele Leute, die Eistee trinken und dann immer entweder Pfirsich oder Zitrone trinken. Es gibt ja immer, glaube ich, die Leute, die lieber Pfirsich mögen und die Leute, die lieber Zitrone mögen. Ich mag, wie gesagt, beides, tendiere aber auch immer mehr zur Zitrone. Und so Leute, die, glaube ich, regelmäßig Eistee trinken, da gibt es ja wirklich viele, die wirklich nur Zitrone oder Pfirsich trinken. Und ich glaube, deswegen wird halt Pfirsich, denke ich mal, am meisten verkauft. So wird es bestimmt auch bei den Capital Bra Eistees sein. Ich habe da ja, wie gesagt, noch nicht so richtig durchprobiert. Wollte ich eigentlich auch mal alle durchprobieren. Oder von 4Brow, heißen die so, von der Firma, wollte ich auch mal die Eistees probieren. Es gibt ja mittlerweile so viele Eisteesorten. Genau, Durstlöscher gibt es auch noch. Ich glaube, da trinke ich am meisten auch entweder Zitrone. Früher habe ich ganz oft immer Wassermelone getrunken. Aber ich glaube, meistens trinke ich da auch entweder Pfirsich oder Zitrone, aber meistens schon halt eher Zitrone. Ich glaube, die anderen Sorten bin ich ja gar nicht so into it. Ja, wie auch immer. Also es gibt halt so was wie Capital Bra Eistee oder den 4Brow Eistee, den würde ich halt auch gern noch durchprobieren. Aber die haben halt übel viele Sorten. Da habe ich gedacht, so die von Cherine, die kaufe ich mir mal schneller, weil die sind halt nur drei Sorten. Ich bin aber auch super gespannt darauf, wenn dann endlich ihr Eistee mit Alkohol rauskommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es am Ende auch wirklich Eistee mit Alkohol ist. Denn sie hatte, glaube ich, mal einen Snippet gezeigt auf der Dirty Instagram Seite, wo sie auch so am Durchprobieren war. Und dann meinte sie, oh safe mit Kohlensäure, mit Kohlensäure ist viel besser. Oder irgendwie sowas meinte sie. Und dann dachte ich so, naja, wenn es mit Kohlensäure ist, ist es ja kein Eistee mehr. Aber es gibt ja mittlerweile Eistee mit Kohlensäure. Ich glaube, Lipton hat doch hier dieses Lipton Sparkling rausgebracht. Da denke ich mir auch, why? Also ich habe es einmal getrunken und dachte mir, ist okay. Ist aber nicht so geil. Also ich weiß noch, da war ich noch jünger, da hatte ich mal eine Eisteeflasche bei mir hier oben im Zimmer. Die war angefangen und ich habe da so lange nicht draus getrunken. Und ich dachte irgendwie ein paar Tage später, dass ich da noch draus trinken kann. Vielleicht war es auch eine Woche später. Tatsächlich kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Es war aber auch nicht ewig später. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann so einen Minischluck probiert und da ist zwar Kohlensäure drin. Und es war Eistee ohne Kohlensäure vorher. Versteht ihr, was ich meine? Er ist einfach gegoren. Und da muss ich halt sagen, daran erinnert mich das so ein bisschen. Obwohl es nicht so schmeckt. Wenn man jetzt Lipton Sparkling oder irgendwas trinkt. Aber ich denke mir halt, Eistee sollte keine Kohlensäure haben. Weil Eistee ist für mich so, manchmal habe ich Bock auf süße Getränke. Aber will kein süßes Getränk mit Kohlensäure. Also manchmal bin ich einfach nur genervt von Kohlensäure. Ich bin auch Typ stilles Wasser. Ich bin nicht so der Fan von Wasser mit Kohlensäure tatsächlich. Trinke ich auch, wenn nichts anderes da ist. Obvious. Aber ich trinke dann auch ganz gerne Wasser aus der Leitung. Habe ich auch kein Problem mit. Außer man weiß, in der Stadt kann man kein Wasser aus der Leitung trinken. Versteht ihr, was ich meine? Dann trinke ich auch mit Kohlensäure. Aber wie gesagt, ich finde Wasser mit Kohlensäure hat auch immer so einen weirden Geschmack. Aber das sagen auch viele über stilles Wasser. Ich glaube, entweder bist du Team stilles Wasser oder Team Sporkeling Water. Wie auch immer. Und wie gesagt, Eistee finde ich sollte auch ohne Kohlensäure sein. Und wenn ich dann immer Bock habe auf ein Getränk, was süß ist, aber ohne Kohlensäure, dann habe ich eigentlich meistens nur Eistee oder Capri-Sonne als Auswahl. Ich habe eine Zeit lang ganz viel Capri-Sun oder Capri-Sonne getrunken. Und irgendwelche Tetra-Bugs mit Orangenzeug. Was im Endeffekt ja auch viel Capri-Sonne war. Capri-Sun, whatever. Ja, keine Ahnung. Aber das ist so das, worauf ich, wenn, dann eher Bock habe. Ich bin, dann sage ich, nee, Cola, Fanta Sprite auch nice. Keine Frage, trinke ich dann auch mal. Aber das ist ja so das, was man ja meistens in Restaurants oder in Fastfood-Ketten oder generell, wenn man essen geht oder so, dann trinkt man das ja schon. Deswegen finde ich das so cool, dass einige Burger King-Läden mittlerweile Fuse-Tee anbieten und McDonald's-Läden Lipton-Icedee. Finde ich irgendwie ganz geil. Dass es mittlerweile sogar Eistee zur Auswahl gibt. Aber wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall. Ich bin, ja, ich trinke ganz gerne Eistee. Und deswegen, wie gesagt, finde ich das mit Kohlensäure irgendwie weird. Deswegen bin ich gespannt, wie das mit Foncherin wird. Es wird ja dann wahrscheinlich trotzdem noch Eistee mit Kohlensäure sein. Aber hat dann, wie gesagt, noch zusätzlich mit Alkohol. Ich bin super gespannt, was da so rauskommt und was da für Sorten rauskommt. Also das interessiert mich ja tatsächlich am meisten irgendwie. Und ob ich das auch geil finden werde. Ich kriege die wahrscheinlich auch erst wieder tausend Jahre später. Ich habe ja gehört, dass auch bei dem Eistee jetzt die Leute irgendwie so die Bude eingerannt haben. Weil sie alle den Eistee weggekauft haben. Aber ich freue mich schon, wenn es sich diesbezüglich beruhigt hat. Und man den ganz normal im Regal kaufen kann. Und dass nichts krass Besonderes mehr ist. Aber ich glaube, der Bra Eistee war ja am Anfang auch super hyped und schnell weggekauft. Liebe ich auf jeden Fall. Schmecken mir richtig gut. Also alle drei sollten tatsächlich... Ich bin ein bisschen verwundert, weil viele das ja irgendwie so schlecht geredet haben. Aber tatsächlich, so schlecht finde ich die gar nicht. Gut, man muss jetzt wahrscheinlich auf Preis-Leistung achten. Aber ich bin jetzt auch kein Eistee-Experte so. Und wenn ich Bock auf Eistee habe, dann gucke ich halt... Wie gesagt, ich bin halt so die, die eh Eistee meistens kauft, wenn der gerade im Angebot ist. Und dann habe ich den einfach auf Vorrat da oder so. Keine Ahnung, wenn ich Bock auf Eistee habe, kann ich Eistee trinken. Kommst du dir, was ich meine? Also auch nicht besonderlich aufregend. Das, ähm... Ja, zu meinem Fazit von Dirty. Ja, also ich finde den ganz geil. Tatsächlich alle drei Sorten finde ich gut. Candy Shop, wie gesagt, ein bisschen besser als Busty Blueberry. Und Red Peach ist auch, geht vollkommen klar. Also... Aber, wie gesagt, Busty Blueberry ist auch nicht eklig. So. Das auf gar keinen Fall. Das ist so meine Meinung. Sind, ähm... Ja. Süß, aber es ist halt auch Eistee. Sind aber trotzdem nicht künstlich süß, so wie die von Arizona. Die kriege ich auch gerne, wie gesagt. Aber die sind halt schon künstlich süß. Man müsste halt nochmal... Bei Red Peach kann man, glaube ich, am meisten vergleichen. Von jeder Eistee-Firma die Pfirsich-Sorte durchprobieren. Und dann könnte man vielleicht nochmal besser vergleichen. Aber... Ja. Ist okay. Wie gesagt. Ich lieb's. Find's gut. Und, ähm... Das ist meine Meinung zu dem Eistee. Guti. Das war's dann erstmal. Ich, ähm... Werde mich, glaube ich, gleich abschminken. Ähm... Weil ich froh bin, wenn ich das hier runter hab. Eigentlich will ich mich nicht abschminken, weil ich es so schön finde. Aber ich will mich vor allem wegen dem Pickel hier unten abschminken. Nur das hier unten, alles. Und andere lasse ich dran. Nein, Quatsch. Ähm... Die Wimpern will ich eigentlich auch nicht abmachen, weil die so schön sind. Aber egal. Ähm... Ja. Dann schwinke ich mich gleich ab. Und dann... Äh... Gehe ich, glaube ich, auch demnächst dann schlafen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich morgen melde. Bestimmt nicht. Ich habe mich ja jetzt, äh... Sonntag, Montag und Dienstag gemeldet. Ich müsste reichen. Morgen habe ich ja auch noch frei. Donnerstag gehe ich dann arbeiten. Freitag habe ich wieder frei und dann gehe ich Samstag wieder arbeiten und habe Sonntag wieder frei. Hey, wenn alles so bleibt. Guti, das war's dann erstmal. Peace.